Wo hast du dein Fernsehen? Herzlichen Glückwunsch! Ich bin froh, wieder dieses Jahr an ihr beizusein. Super schönes Turnier, optimale Bedingungen, der beste Start in die grüne Auslösung. Mein Pferd ist auch super gesprungen heute. Die letzten Wochen schon und ich bin ständig im Camp. Also ich bin eigentlich sprachlos. Das klang aber gar nicht so sprachlos, muss ich dir sagen. Also ich gehe nochmal herzlichen Glückwunsch.